Das FedEx-Forum ist eine Multifunktionsarena in der US-amerikanischen Stadt Memphis. Es dient hauptsächlich als Spielstätte der Memphis Grizzlies und den Tigers der University of Memphis, welche beide zuvor in der Pyramid Arena spielten. Der Spitzname geht auf den Grizzlies-Spieler Tony Allen zurück, der die Halle als The Grindhouse bezeichnete. Dies übernahmen die Grizzlies-Fans. Die Arena öffnete im September 2004 nach vielen Debatten und einem Sturm, welcher im Juli 2003 beinahe die an den Bauarbeiten beteiligten Kräne zerstörte. Die Baukosten von etwa 250 Millionen US-Dollar wurden aus öffentlichen Geldern finanziert. Die in Memphis ansässige FedEx Corporation sicherte sich für 92 Millionen US-Dollar die Namensrechte. Die Kapazität der Arena beläuft sich auf 18.119 Plätze für Basketballspiele. Es besteht aber auch die Möglichkeit Eishockey-Spiele, Konzerte und Familienshows abzuhalten. Bilder. Punkt. 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 Punkt.